Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVLT-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zu den neuen Apple AirPods 3. Und seit genau drei Wochen nutze ich diese Kopfhörer, teste sie auf Herz und Nieren, bin hingegangen, habe sie mit haufenweisen anderen Kopfhörern bzw. Ohrhörern verglichen. Allen voran natürlich auch mit dem Hauptkonkurrenten in meinen Ohren, den AirPods Pro von Apple. Ich weiß, das ist eigentlich eine andere Baustelle, das erkläre ich aber gleich ein bisschen genauer. Wir gehen das Ganze jetzt gleich der Reihe nach durch. Wie gut klingen sie? Wie gut ist die Akkuqualität? Wie gut kann man damit telefonieren und Sprachnachrichten verschicken? Was ist hier mit IP-Zertifizierung? Was ist mit Sitz, Halt, Bedienung, Komfort und solchen Sachen? Aber dann natürlich auch die Frage, es ist halt dieses offene Design, so wie wir es eigentlich von den Apple AirPods schon ewig kennen. So ist es auch hier, also kein In-Ear. Wie gut klingt das Ganze dann oder wie viel Ton, wie viele Umgebungsgeräusche kommen denn da wirklich noch ans Ohr? Und jetzt natürlich auch die Frage, wie habe ich es genutzt? Natürlich bin ich hingegangen, habe sie sowohl mit einem iPhone als auch mit Android-Smartphones genutzt, habe sie mit diversen anderen Geräten, die nicht von Apple sind, auch getestet. Aber überwiegend habe ich die natürlich im Apple-Kosmos genutzt. Und da spielen die natürlich nochmal eine Stärke aus. Wenn man im Apple-Kosmos beheimatet ist, mit einem iPhone, mit einem iPad oder mehreren iPads, wenn man dann auch ein Mac nutzt, haben die Dinge halt diesen irren Vorteil, dass sie problemlos zwischen den einzelnen Quellen hin und her wechseln. So, trotzdem habe ich es aber auch mit anderen Sachen gewechselt oder ausprobiert. Jetzt die Frage, was habe ich damit gehört? Natürlich überwiegend Streaming-Dienste, was weiß ich, Spotify, Apple Music, die Charts rauf und runter, spezielleres Zeug. Ich habe damit Radio gehört, ich habe Podcasts gehört, Hörbücher gehört. Ich habe damit natürlich auch Filme und Serien geguckt, sei es YouTube, sei es Netflix, sei es Disney, irgendwas, einen bunten Mix. Ich habe auch eigenes Zeug, ein bisschen höherqualitativeres benutzt und habe einfach mal einen normalen Alltagsnutzen damit simuliert, was man so konsumiert, was man damit auch telefoniert, Sprachnachrichten verschickt, was man darauf dann auch zockt und spielt und, 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 und. So, und der Klang, das Wichtigste bei Kopfhörern, die klingen gut. Ich mag diesen Klang. Das ist wieder dieser typische Apple Earpods Klang, den wir schon kennen, aber halt ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen besser. Ich finde es so in den Mitten oder in den Höhen klingt das jetzt nicht irgendwie anders wie früher auch. Was sie aber klingen, sie klingen ein bisschen voluminöser, dadurch, dass ein bisschen mehr Tiefen, ein bisschen mehr Bass da ist. So, das sind jetzt hier nicht wirklich die krassen Bass-Dinger oder sowas. Nein, das ist auch schwierig umzusetzen von diesem offenen Design, weil halt, je nachdem, wo man ist, kommen halt auch, kommt auch viel Umgebungsgeräusche, kommen halt rein. Das schwächt natürlich den Klang was ab, gerade wenn es so, naja, kleine Kopfhörer sind, die man immer mit dabei hat, damit rumläuft und die an verschiedenen Orten benutzt oder beim täglichen Pendeln oder wo auch immer, wo man halt nicht im ruhigen Kämmerlein, so wie ich jetzt hier sitzt, wo man dann vielleicht, naja, wo halt dieses offene Design gar nicht so schlimm ist oder wo halt keine Nebengeräusche sind, die reinkommen können. Der Klang ist aber so ein guter, das soll jetzt nicht schlecht klingen, aber es ist halt ein guter 0815 Klang und wer von früheren AirPods kommt oder ihr Buds von Apple kommt, der kriegt ja halt ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Fülle noch rein. Also wie gesagt, oben, mitten gar nicht so, aber von unten kommt halt ein bisschen was rein. Das vielleicht zum Klangbild oder zu dem, was ich versuche hier zu beschreiben. Zusätzlich werden die auch ziemlich laut. Das müssen sie auch werden, denn durch dieses offene Design, je nachdem wo ich bin, muss ich die Dinger deutlich höher drehen, als wenn ich das, was weiß ich, mit AirPods Pros, mit Sony, FWF, irgendwas, mit irgendwelchen In-Ear-Dingern. Die In-Ear-Dinger haben einfach den Vorteil, sie schotten die Ohren besser ab, es kommt weniger Geräusche von draußen ran, weniger Lärm. Jetzt egal, ob es ANC oder nicht da ist, das spielt da noch gar keine Rolle. Da muss man die nicht so laut drehen. Hier habe ich aber die Möglichkeit, sie sehr laut zu drehen. Und natürlich war ich mit denen auf Achse rumgelaufen, ich konnte sie sogar am Flieger testen. Aber das sind dann Sachen, wenn man die im ruhigen Kämmerlein mal voll aufdreht oder weiß, wie laut die dann bei 80% sind oder 90%, dann will man das nicht wirklich nutzen. Wenn man dann aber in einer lauten Umgebung ist und versucht mit der Lautstärke gegen die Geräusche, die draußen sind und die vor allem an eure Ohren kommen, gegenzusteuern und dann merkt, okay, das verstehe ich jetzt, ich höre meine Musik oder meinen Text oder sowas, aber dann gleichzeitig sieht, ich bin bei 80, 90 oder 100%. Was dann da auch für eine Belastung für die Ohren ist. Aber sie werden halt, also bei Bedarf können sie auch entsprechend laut werden. So, das zum Klang. Wie gesagt, ein ANC haben wir nicht und dass sie hier viel Ton reinlassen, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Wenn man da mit einer befahrenen Straße steht, wenn man da in der Straßenbahn, in der U-Bahn ist, die quietschende Gleise hat, Leute, die laut reden, wenn man damit durch den Tunnel fährt oder sowas, im Flieger sitzt oder irgendwas, kann man das hier knicken. Das ist oft genug, wo ich dann da mit meinem Hörbuch sitze und nochmal zurückspulen musste, weil gerade ein lautes Geräusch war für ein paar Sekunden und ich nichts verstanden habe. Was man halt mit In-Ears oder mit In-Ears, mit ANC halt nicht hat. Das muss einem klar sein. Akkulaufzeit, große Stärke. Apple gibt was von sechs Stunden an. Ich sage mal, wenn man sie so zum Konsumieren nutzt wie ich, fünf, fünfeinhalb Stunden ja und was weiß ich, drei, vier Mal wieder im Case aufladen oder sowas. Also Akkulaufzeiten muss man sich hier keine Gedanken machen. Das hält, das hält, das hält, das hält. Ladecase, ich kann es per Lightning aufladen. Ich kann es auch mit Apples MagSafe aufladen. Das haut hin. Wie schnell das da jetzt geladen ist? Wahrscheinlich in unter einer Stunde ist das Ding wieder voll geladen. Und wenn ich die Kopfhörer da mal schnell wieder reinfrickele, das ist auch rucki zucki, dass ich da wieder ein paar Minuten drin und ich kann wieder eine halbe Stunde oder sonst was hören. Also von der Akkulaufzeit maule ich überhaupt nichts rum. Das ist wunderbar. Und was fällt mir jetzt gerade noch beim Schneiden auf? Was habe ich vergessen? Ihr könnt auch wieder bei den AirPods 3ern davon ausgehen. Je nachdem, wie intensiv ihr die nutzt. Nach zwei bis drei Jahren ist der Akku grütze. Dann macht der schlapp. Dann halten die nicht mehr lange beim Telefonieren. Dann telefoniert man da mit zehn Minuten und das ist aus. Dann halten die für Musik noch maximal eine 30 Minuten oder sowas oder eine Dreiviertelstunde. Und ihr könnt die Akkus halt nicht tauschen. Die sind halt wie Apple kann die nicht mal tauschen. Die Dinger sind dann Elektroschrott. Alles, was Apple hier sonst wo auf Umweltschutz und tralalala, aber dann halt sowas bauen. Wo die natürlich sagen, oh, wir nehmen die kostenlos zurück und recyceln sie fachgerecht. Aber auch das bitte im Kopf haben, auf dem Schirm haben. Wie gesagt, je nachdem, wie intensiv man die nutzt. Nach zwei, nach drei Jahren lässt der Akku richtig krass schlagartig oft nach. Habe ich jetzt über viele AirPods oft genug miterlebt. Auch mit den Pros und, 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 und. Und das bitte im Kopf haben. Zwei, drei Jahre nutzt ihr sowas. Wo wir gerade das Case haben, Verarbeitungsqualität, ist halt Apples Hartplastik. Ich hatte sie immer in der Hosentasche mit einem Haufen Schlüssel, wie ich eigentlich alles teste. Vorteil, sie sind nur in weiß. So ein paar Kratzer kommen da auch ziemlich schnell rein. Ich meine, ich sehe es ja bei anderen Kopfhörern. Ja, aber das Weiße ist halt genau die Farbe, die ich dann nehmen würde, um sowas im Case dann zu haben. Beziehungsweise, wo ich mir denke, da fallen halt Kratzer einfach nicht so wirklich auf. Die Dinger im Case selber halten relativ gut. Halt mal ganz kurz offen. So, also hier schütteln und so. Wenn ich natürlich jetzt darauf anlege, dann... Ja, Vorführeffekt, wobei das Ding schließt halt. Da muss ich es ein bisschen aufhalten. Ja, sagen wir es einfach mal so. Das will man nicht machen. Beziehungsweise, wenn sie runterfallen auf den Boden im Case, dann geht das Case auf und die ploppeln einfach raus. Aber ansonsten halten sie da ganz gut. Das Rein- und Rausfrickeln ins Case finde ich wieder schön. Also, das ist sowas hier rein raus mit einer, also was mit einer Hand wird es ein bisschen kompliziert, aber plappt halt rein, gehen rein, halten, muss man sich keine Gedanken machen. Case passt in die Hosentasche, ist halt klein und handlich, ist halt nicht. Jetzt, ach, habe ich keine großen Cases genommen. Also, was sich da Sony XM3er oder die Bose QuietComfort erlauben, boah, das hier ist halt immer dabei. Klein, handlich, niedlich in der Hosentasche, gar kein Problem. Tragekomfort, Gefühl im Ohr, finde ich super. Das scheiden sich jetzt aber auch wieder die Geister. Das war immer so bei Apple, bei Apple AirPods, dass Apple sagt, unsere Dinger, wir haben, was weiß ich, die ganzen Ohren der Welt vermessen und irgendwie versucht, einen Durchschnitt zu bilden, dass 80% das gut tragen können. Und das ist es ja. Viele können die tragen, einige können sie halt nicht tragen. Steckt man halt nicht drin. Also, ne, ist halt, es passt oder es passt nicht. Sie sind ein bisschen anders als die Vorgänger. Bei mir, ich mochte, glaube ich, die Vorgänger ein bisschen besser, aber die halten trotzdem bei mir sehr gut im Ohr. Und, ne, also hier Sport oder sowas, das habe ich jetzt nicht großartig damit gemacht. Man muss immer aufpassen, ich habe jetzt gerade mal keinen Hoodie an, aber wenn man halt so eine Kapuzenjacke hat, jetzt, wo es wieder kälter wird, ne, mit Kragen oder sowas, da ist, haben sie einen Vorteil durch die kleineren Stäbchen, dass man da nicht so viel hängen bleibt. Aber hier und da, je nachdem, wo man dran ist, so, weil sie halten halt nicht fest. Das ist halt so, man schnippt da mal ganz kurz gegen, ne, und dann plumpsen die schon raus. Trotzdem, in meinen Ohren haben die gut gehalten. Ich mag das Gefühl oder diesen, diesen leichten, tuffigen Klang. Man hat halt keine In-Ears, nichts, was ich in den Gehörgang bohrt, ne. Klar, sind halt keine In-Ears. Wer das nicht mag, super Dinger. Also im Apple-Kosmos, ja, 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 gar keine Frage. Und wenn man es denn tragen kann. Ich kann es tragen. Ich habe, sag mal so, einigen, die es ausprobiert haben, finden das auch gut. Ich habe keinen, aber einen, kannst du knicken. Mag den überhaupt nicht. Sie sind aber leicht. Ich habe die stundenlang. Ich kann den ganzen Tag tragen. Natürlich immer mal wieder rausheben, weil man gerade was, was ich bezahlt, mit jemandem redet oder sowas. Dann packt man sie ins Case. Ich bin kein Freund davon, wenn man an der Kasse steht oder mit jemandem telefoniert, äh, mit jemandem redet, dass man die Dinger dann noch im Ohr hat. Klar, hin und wieder vergisst man es einfach, weil gerade die echt angenehm und leicht zu tragen sind. Ja, aber das ist so, mal rausholen, damit jemandem redet, dann wieder reinpacken. So, deswegen tragen, wunderbar. Bedienung, ich habe hier die Drücke-Tasten. Toll, drücken, weiter, Pause, Play, läuft, funktioniert, ist was, das funktioniert. Wenn ich will, kann ich hier mit Siri quatschen und solche Sachen. Also Bedienung gefällt mir, weil ich habe keinen Touch, ich habe keine Fehleingaben. Dieses Klicken, dieses Drücken, dieses haptische Feedback macht Apple wieder sehr schön. Darüber die Bedienung, darüber die Steuerung zu machen, ja. Also das ist auch sowas, dieses haptische und das Tragen gefällt mir hier sehr gut. Aber wobei ich darauf hinweise, ne, die Dinger passen halt nicht. One size fits all, klar, sagt, also muss es ja, weil es keine anderen Sachen gibt. Ich habe keine Aufsätze, ich kann keine Größen ändern oder solche Sachen. Es gibt ja auch nur diesen Panda-Design. Aber wenn sie dann passen und der überwiegende Mehrheit passen sie, finde ich sie echt toll zu tragen und auch angenehm zu tragen. Kommen wir zum Telefonieren. Also wie gesagt, Telefonieren geht damit ganz gut. Man weiß zwar oder man hört zwar, man ist halt nicht direkt am Telefon, egal ob Android oder sonst was. Aber das Telefonieren, das geht in Ordnung. Da auch was länger zu telefonieren ist halt dieses typische, ich will nicht sagen Freisprechen. Ich finde, sie klingen besser, als wenn man mit einer Freisprecheinrichtung im Auto telefoniert. Klar kommt es auf die Umgebung an, aber die klingen halt vernünftig, sind nicht ganz so windanfällig. Natürlich drücken im Sturm würde ich damit nicht telefonieren, aber es geht. Es ist auch sowas, wo man ein bisschen ruhig länger telefonieren kann. Die Qualität ist zwar nicht so gut, aber das Telefonieren passt. Was aber nicht so schön ist, ganz klar wieder Sprachnachrichten. Natürlich kann man sich das anhören, aber es ist halt nichts, gerade an die Versender von längeren Sprachnachrichten, so ich sag mal drei, vier, fünf, sieben, zwanzig Minuten aufwärts. Nee, tut es euer Gegenüber nicht an, beziehungsweise dann nehmt sie raus, sprecht direkt ins Telefon. Das ist für euer Gegenüber angenehmer. Natürlich, um mal schnell was zu sagen oder sowas. Ja, oder wenn man gerade die Hände nicht frei hat. Natürlich kann man damit machen, aber es ist halt qualitativ nicht wirklich prickelnd. Das möchte ich damit sagen. Da gibt es andere, die Sprachnachrichten auch besser können, als die AirPods. Da wäre sowas, wo Apple nochmal ein bisschen dran arbeiten könnte. Was gibt es sonst noch? Wir haben jetzt eine IPX4-Zertifizierung, bedeutet ein bisschen leichtes Schwitzwasser, Spritzwasser oder so auch immer. Also für den Regen nein. Aber Apple sagt halt, man kann damit Sport machen, wenn da hier ein bisschen Schweißperlchen rumlaufen oder sowas. Habe ich mit anderen auch schon gemacht. Die wurden auch schon mal nass und sowas. Natürlich aufpassen, wenn dann das Wasser genau in die Mikrofon, in die Lautsprecher reinläuft, dann ist es natürlich blöd. Ja, dass sie da jetzt besser haben, ist halt nochmal ein Zusatzfeature. Anderes Zusatzfeature hatten wir schon, dass ich es mit MagSafe aufladen kann. So. Gut. Ist halt schön, gerade wenn man dieses Kabellose macht. Und dann haben wir noch die Find My Tralala Sache. Dass ich dann sagen kann, AirPods kann ich mir anzeigen lassen. Ich kann mich erinnern lassen, wenn ich sie zurücklasse oder sowas. Oder ich kann Ton abspielen. Oder ich kann mir auf der Karte zeigen, in Apples Find My Tralala Netzwerk, wo ich sie vergessen habe. Dann sehe ich, okay, die liegen da bei Starbucks oder da bei, wie heißen die anderen, Whiteens oder Coffee Guys. Oder da fährt der Zug gerade, wo ich sie liegen gelassen habe. Ja. Man kann sie dann auch vermisst melden und solche Spielchen. Also dieses Find My Tracking ist halt da auch eingebaut. Jetzt habe ich einen großen Bogen um eine Sache gemacht. Dieses Spatial Audio. Ich will immer Spartal sagen, aber Spatial Audio. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil bei Filmen finde ich das gut. Bei Filmen, wenn man da, je nachdem wie man da guckt und so, finde ich das echt gut. Das ist ja diese Sache, dass ich dann immer den Ton daher habe, wo das herkommt. So. Also ich gucke ein Video oder sowas und dann jetzt ist beides gleich. Und dann gucke ich da und dann weiß ich ganz klar, höre ich den Ton eher aus dieser Richtung kommen oder da aus dieser Richtung. Bei Filmen, wie gesagt, finde ich das super. Oder bei Videos. Bei Musik haut es halt oft auch hin. Aber die Qualität ist halt eindeutig schlechter. Ich glaube, Apple macht da irgendwas, dass Künstler oder Musiker oder was auch immer das genau darauf anpassen können. Dann soll das nochmal besser klingen. Aber man hat eindeutigen Klangqualitätsverlust, wenn ich das dann nutze. Es ist ein tolles Feature. Damit rumspielen. Das erste, ich weiß noch, es ist irgendwie Twitter-Videos, die das auf einmal unterstützt haben. Und dann dachte ich, hier, fuck, ich bin der Bahn. Und es klang halt so, als ob der Ton halt aus dem Lautsprecher vom iPhone kommt. Und ich dachte mir, jetzt war es doch nicht mit den Kopfhörern verbunden. Und ich beschalle gerade die ganze Bahn und himmerte drauf. Bis ich dann gemerkt habe, nein. Es ist dieses 3D-Raumfeature, was dann so klang. Als kommt es halt der Ton wirklich aus dem einen halben Meter weiter entfernten Smartphone. Und man hat halt das Gefühl, es kommt aus dem Lautsprecher und nicht aus den Ohren. Das war halt, wenn man sich daran gewöhnt hat und es mag und dann hin und her. Es ist eine tolle Technik, ja. Aber es ist oft bei Audiostücken auch mit einem Verlust von Audioqualität verbunden. Das ist halt so die Frage. Frage, geiles Spielzeug oder will ich in Ruhe halten, vernünftige Qualität haben? So, jetzt haben wir all diese Punkte gerade mal durchgegangen. Jetzt kommen wir zur Preisfrage und Alternativfrage. Apple hätte für diese Dinger gerne 200 Euro. Ich weiß, jetzt argumentiert der eine oder andere, ja, das ist ja günstiger als die AirPods 2er mit dem drahtlosen Ladecase, was wir ja vorher hatten, die, glaube ich, 30, 20 Euro mehr kosteten. Oh, super. Apple macht etwas günstig für 200 Euro. Muss man, ich versuche das zu, andersrum. Hätte Apple das hier vor zwei, drei Jahren so gemacht, dann würde man sagen, teuer, aber man weiß, es hält. Da komme ich, sage ich, aber auch noch gleich was zu. Dann, dann, ja. Ja, aber wir sind Stand jetzt in einem hart umkämpften Markt, muss man ja nicht anders sagen, wo wir haufenweise in einem Segment von 100 bis 200 Euro zehn Anbieter haben, die alle vernünftige, mal besser klingende, mal weniger gut klingende, mal gut zum Telefonieren, mal weniger gut zum Telefonieren, Kopfhörer, aber in der Regel mit ANC rausbringen, die dann dieses Feature noch haben. Und da halten die halt nicht so wirklich mit. Sie haben den unglaublichen Vorteil, dieses der Einfachheit im Apple-Wechselkosmos, wenn ich eine Apple-Geräte habe und da hinten zwischen mehreren wechseln will, gerade mit, weil ich Kopfhörer trage und dann zwischen iPad und iPhone oder iPhone und Mac oder Mac und iPad oder irgendwas wechsel, dann ist das toll. Dann ist das dieses Apple-Kosmos-Bonus. Und dann sage ich auch für Apple-Nutzer, holt euch dieses Apple-Zeug, wenn ihr heute häufig wechselt. Das ist halt eine schöne Sache. Ja, aber gleichzeitig, wenn man sich das anguckt, für 200 Euro bekomme ich bei anderen deutlich mehr oder ich bekomme das Gleiche und kriege im Endeffekt noch ANC obendrauf und so solche Sachen. Da halten die nicht mit. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber ich will ja im Apple-Kosmos bleiben. Bam, AirPods Pro. Das kommt dann noch als Kritik und sagt dann jemand, ich mag aber dieses In-Ear nicht. War ich früher auch kein Fan, aber, ich will nicht sagen, In-Ear kann man sich gewöhnen, aber wenn man die Aufsätze durchprobiert, bis es dann mal etwas besser passt und wenn man dann die Vorteile hat von, man kriegt weniger Umgebungszeugs mit, man hat einen besseren Ton dadurch und man hat dieses ANC, fällt mir kein Grund ein, muss ich ganz ehrlich sagen, warum ich für 200 Euro, und das kosten sie jetzt immer noch, für 200 Euro AirPods 3 kaufen soll, wenn ich auch für, ich habe gerade mal die Preise geguckt, große Händler immer noch 210 Euro, für ein Zehner mehr AirPods Pro bekomme. Die haben das ANC, die klingen besser durch die Abschottung, da habe ich einfach deutlich mehr von, das können auch meine richtigen Reisedinger sein, die kann ich auch auf Achse vernünftig tragen. So, und die klingen dadurch besser, dass sie abschotten und ich habe dieses ANC on top für ein Zehner mehr oder selbst die, ganz kurz, als Apple die rausgebracht hat, waren die verschwunden, die großen Hersteller alle rausgenommen, weil jeder natürlich sagt, wenn ich die hier schon Land auf Land, ab Saturn, Mediamarkt, was auch immer, Amazon hatte die regelmäßig für 179, nee, 179, also 180 Euro, dass Apple da versucht, irgendwie mit dem, man redet ja hier, dass es dann schwer wird. Klar, wenn man sagt 50 Euro mehr oder wenn man sagt, ich bin halt kein Freund von In-Ears, dann ist das hier auch sehr interessant. Ja, aber gar keine Frage. Für ein Zehner mehr oder fürs gleiche Geld oder sogar für weniger Geld. AirPods Pro, AirPods Pro, gar keine Frage. Also muss man ganz ehrlich sagen, Apple hätte die Dinger hier, ja, ich finde sie auch besser. Also wenn ich jetzt gucke, die AirPods 2 kriege ich für 110, 120 Euro. Dadurch, dass sie kleiner sind, eine längere Akkulaufzeit haben, dieses 3D-Feature und ein bisschen mehr Volumen-Bass. Apple hätte die für 150 rausbringen sollen, dann wäre es vielleicht interessant oder noch weniger, weil wie gesagt, wir haben da so viele interessante Kopfhörer auf dem Markt, dass die preislich, ne, ne. Also wie gesagt, die sind schön gemacht für den Apple-Kosmos und wer jetzt einer fragt, oh, soll ich mir als Android-Nutzer sowas holen? Nein, hol dir irgendwelche anderen, die dann auch weiß aussehen oder sowas, aber nein. Also, die sind gut, aber sie sind zwei, drei Jahre, sag ich mal, aus dem Markt. Oder für die 200 Euro hätte Apple eigentlich hingehen müssen, um diese 200 Euro zu rechtfertigen und da irgendwie eine ANC einbauen müssen. Das hätte nicht so krass sein können oder kann ja auch nicht so gut funktionieren wie bei In-Ears. Aber dass da eine gewisse Geräuschfilterung auch noch funktioniert, ne, dass dann da irgend so was ist, was dann das tägliche Pendeln nochmal mit den Dingen attraktiver macht. Ja, aber für 200 Euro, ne, ganz klare Sache. Dann, dann lieber Airpods Pro, ne, oder ich greife zu vielen anderen Sachen, wenn ich, ja, so, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank, was zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.